Mein Name ist Dr. Marco Boerner. Ich bin Facharzt für Chirurgie, Facharzt für spezielle Unfallchirurgie und Facharzt für Orthopädie. Kommt ein Neupatient in unsere Privatärztliche Praxis hier nach Schwabach, erfolgt eine genaue Erörterung seiner Krankengeschichte, entsprechende diagnostische Verfahren werden festgelegt. Dank der engen Zusammenarbeit mit einer radiologischen Praxis in unmittelbarer Nähe veranlassen wir die entsprechenden bildgebenden Verfahren. Die Befunde werden mit den Patienten besprochen und die entsprechende Therapie festgelegt. Ich habe mich auf die minimalinvasive Behandlung der Wirbelsäulen spezialisiert. Hierbei führe ich lokale Injektionsbehandlungen an den einzelnen Wirbelgelenken unter Computertomographiekontrolle durch. Zusätzlich führe ich lokale Verödungsbehandlungen an den Wirbelgelenken durch. Das wird bezeichnet als Thermodenarmation. Der entscheidende Unterschied zur operativen Therapie ist, dass hierbei die Beweglichkeit der Wirbelgelenke erhalten wird und wir keine Versteifungsoperationen benötigen. Wir haben eine Vielzahl von Patienten mit Erkrankungen der Schulter, wie zum Beispiel der Kalkschulter oder Erkrankungen der Achillessehne. Hier wende ich die Stoßwellenbehandlung an. Das ist ein lokales Behandlungsverfahren, sehr schmerzarm und das Besondere ohne jegliche Nebenwirkungen. Eine Besonderheit dieser Praxis ist eine eigene physiotherapeutische Abteilung. Somit ist gewährleistet, dass jeder Patient sowie physiotherapeutisch wie auch orthopädisch unter einem Dach versorgt wird. Untertitelung des ZDF, 2020